Kennen Sie die drei Punkte, die wichtig sind, um an der Börse wirklich Geld zu verdienen? Das erste ist Disziplin. Ich meine damit gelassen bleiben, wenn es wieder mal so richtig nach unten geht, wenn die Kurse wieder mal so richtig einbrechen und Angst und Panik herrscht. Dann sich nicht verrückt machen lassen und zu schlechten Kursen verkaufen. Und genauso in den Boomphasen, wenn es wieder mal richtig steigt. Und viele Menschen den Eindruck haben, es gibt nur noch eine Richtung nach oben. Dann bitte auch gelassen bleiben und den Kursen nicht nachlaufen und zu völlig überhöhten Preisen nachkaufen, nur weil man denkt, sonst habe ich keine Chance, sonst habe ich eben diese Chance auf hohe Gewinne verpasst. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, wo man günstiger nachkaufen kann. André Costolani sagte mal, die zwei größten Feinde eines Aktionärs, das sind Angst und Gier. Und wenn man es schafft, diese Klippen zu umschiffen, dann haben sie schon einen Großteil verstanden, wie man an der Börse wirklich Geld verdienen kann. Und der zweite Punkt, das ist Ausdauer. Warren Buffett schuf da ein, wie ich finde, tolles Bild. Das Bild eines Krokodils, das am Ufer des Nils liegt. Es liegt einfach da, regungslos, aber hoch aufmerksam. Über Stunden, über Tage, über Monate, ja zum Teil sogar über Jahre. Ohne Regung, aber hoch konzentriert. Und wenn dann die fette Beute eines Tages vorbeischwimmt, dann schnappt es zu. Und genauso ist es bei einem Aktionär, bei einem Investor. Da sollte man auf die Zeit warten können, wenn ihr Unternehmen, in das sie sich einkaufen wollen, wieder mal günstig angeboten wird. Und dann aber auch zuschnappen, konsequent. Und das ist gar nicht so einfach in der heutigen schnelllebigen Zeit, in der viele Menschen tätig aktiv sein wollen, ständig, ja, kaufen oder verkaufen wollen. Und in Zeiten, in denen ständig Informationen auf uns einprasseln, dann auch ruhig zu bleiben, gelassen zu bleiben und beobachten, nichts zu tun. Und der dritte Punkt, das ist Wissen. Das kann ich Ihnen beibringen in meinen Seminaren. Alles, was erforderlich ist, um an der Börse wirklich Geld zu verdienen. Und wenn Sie diese drei Punkte verinnerlicht haben, dann steht Ihrem zukünftigen Erfolg als Aktionär nichts mehr im Wege.